Die Musiktapelle Rimsbach geht heute zu unseren besten Tapellen des Landes und über die Grenzen hinaus für Beteiligung an internationalen Blassungsverkehrsbewerben. Dafür ein herzlicher Dank im Namen des Bezirkes für alle Musikerinnen und Musiker, Funktionären, Verantwortungsträgern, die zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Ein herzlicher Dankbereich bereits jetzt an euch alle für die Ausrichtung dieses Festes. Für alle, die hier bekannte Freunde mithelfen, ich gratuliere euch auch jetzt schon zu diesem Fest und herzlichen Dank für die Ausrichtung. Begrüßen möchte ich auch noch die Vertreter der Presse und ersuche meine wohlwollende Berichterstattung. Ich würde Ihnen bieten, dass ihr Musikerb den ersten Arschstamm vorbereitet, den Hessenmarsch und ersuche nun Obmann Klaus Heitzinger um seine Grußworte. Applaus 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 Amen. 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 Der Bellmeister von der Marktmusik Fruchtorf ist Karl Außerhuber und Hopmann, die Brom-Ingenieur Dr. Stefan Kürbmann und Hopmann Wolfgang Bamminger. Amen. 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 Applaus 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 Musik 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 Das ist der Fall. Der heißt, der ist heute im Lastenswirke geworden, haben wir gesagt, in der erste Klasse Dein Frustprojekt. Eingeschreiten zum Kurzmarsch. Immer vier Musiker und Musiker nebeneinander. Gehen wir abwärts und in der Richtung wieder zurück. Abzuschliere die auf den mostrar den Schäften. Abzuschliere die auf die Richtung wieder zurück. Abzuschliere die auf staunen Abstand. Dein Frustprojekt. Abschluss ist es schon eines Stücken, die Musikerinnen als Grundrat. Jetzt werden ein solcher Gereise gebildet und alle Kinder wieder zum Malmarschern zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020